Wie kommen wir raus aus dem Widerstand? Wie kommen wir raus aus dem Andershabenwollen, als das Leben jetzt mal ist? Es geht nicht über ein Tool, über eine Methode, über ein System, über eine Technik. Es geht über das innere Leerwerden, über das innere Geschehenlassen, so wie der Moment ist. Dann existieren wir nicht mehr, nicht mehr als ein rebellierendes Ich, nicht mehr als ein getrenntes Individuum. Wenn wir unseren Geist vollkommen leer werden lassen, werden wir vom Moment befüllt und erfüllt. Ohne Widerstand, ohne Kampf, ohne Konflikt. Und das ist die Akzeptanz, das ist die Verschmelzung, das ist das Einswerden mit dem Moment, mit dem Leben, das ist die Selbsterkenntnis.